Es wird der Tag kommen, da reicht es nicht nur, dass du die entsprechenden Medien nicht mehr guckst, die du nicht mehr gucken darfst, sondern da musst du nachweisen, dass du die richtigen Medien guckst. Dann musst du Funke-Gruppe geguckt haben, da musst du die letzte Lands-Sender geguckt haben, da musst du den aktuellen Impfstatus haben, sonst kommt du mit deiner neuen Digitaldehre. Ein Staat möchte, dass du gehorchst. Und ich kann immer wieder sagen, der Mensch kommt frei auf den Planeten und der Rest ist Erziehung. Also diejenigen, die die Corona-Zeit dahingehend überstanden haben, dass sie sich keine Spritze haben setzen lassen, die sehr kritisch sind, die holst du sehr schwer ins System zurück. Solange du Währung von einem Staat bekommst, der dich füttert, kann er es dir auch wegnehmen. Und wenn wir eigene Medien geschaffen haben, mit eigenen Servern, aber noch mit ihrem Geld bezahlen, dann sind wir Idioten. Wenn eine freie Tankstelle nicht mehr entscheiden darf, was er an Sprit ausschenkt. Oder wenn es bloß noch Strom gibt. Oder bloß noch grünen Strom. Ist es dann noch eine freie Tankstelle? Wie ist es mit den freien Medien? Sind die nur noch dann frei, wenn sie das bringen, was irgendwelche Menschen dort oben als angesagt definieren? Sind wir noch frei, überhaupt um die Ecke zu denken oder selber zu denken oder anders zu denken oder überhaupt zu denken? Also es geht heute um die freien Medien und wie das System versucht, euch dumm zu halten, indem sie den freien Medien im Prinzip, ja wie soll ich sagen, Schwierigkeiten machen. Heute im Gespräch, Kayvan. Hallo. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du gekommen bist. Ja, und ja, das hat natürlich auch einen gewissen Anlass. Wir hatten vor einigen Tagen telefoniert und da habe ich gemerkt, du hast es satt. Kann man so sagen. Aber mir ist das Lachen nicht vergangen. Nein, ich erlebe im Moment, man muss es mit Humor machen, sonst hat man überhaupt keine Chance. Wir erleben im Moment eine Kündigungswelle wieder, was Medien angeht, freie Medien angeht, ohne sie alle nennen zu wollen. Aber es gibt zwei Flaggschiffe zum Beispiel, die betroffen sind, Manova, hat man das Konter gekündigt, das war die GLS-Bank, bei der war vorher CanFM. Aus CanFM wurde ja Apollut, was ich ja produziere, obwohl ich da journalistisch nicht tätig bin, ich produziere die Inhalte mit und bin da technisch und so weiter beratend tätig. Und dann sind wir nach Pörner gegangen, also hier gleich um die Ecke zu einer kleinen Volksbank und uns hat die Volksbank gekündigt. Hat die das aus allen Stücken gemacht oder hattet ihr Schwierigkeiten? Ne, das ist interessant. Also als ich damals von der GLS-Bank nach Pörner bin, das hat mich ein Jahr gekostet, die Bank zu finden. Das war also schon vor einem Jahr schwierig. Das war weit vor einem Jahr. Das war noch vor Corona und das war noch vor der Ukraine-Krise, als wir angefangen hatten zu suchen. Und heute ist es noch viel schwieriger. Aber ja, wir haben also 40 Banken durchtelefoniert und uns auch mit vielen Bankern getroffen und da hieß es überall, wir finden das gut, was sie machen. Aber offiziell ist es eben so, was sie machen, das ist irgendwie kontrovers. Das ist kontrovers, sage ich ja, das sollte Journalismus schon sein, auch kontrovers. Und wer befindet das, dass es kontrovers ist? Ja, die Regierung, da sind sie, meine Wege, zu kritisch. Und das war noch vor der Versicherung des Internets. Und jetzt läuft wieder so eine Kündigungsfälle. Das heißt, uns hat man gekündigt, Manova hat man gekündigt und vielen anderen. Kleineren wird man auch kündigen. Und warum man uns gekündigt hat. Manova zum Beispiel oder auch Apollut, das sind Brückenköpfe, genau wie die Nachdenkseiten. Das sind Portale, die eigene Autoren haben, die aber auch für andere Autoren Texte machen. Wir machen zum Beispiel als Apollut für viele andere Autoren Podcasts. Also einen Hering zum Beispiel, der ganz tolle Arbeit macht, doch beim Handelsbart schreibt und auf seinem eigenen Blog sehr viel zum Thema Geld und digitale Währung und wie wichtig ist, dass Bargeld da bleibt. Wenn der einen Text schreibt, dann wird der von vielen Leuten gelesen. Aber wenn wir den nehmen, wir sind ja Partner, und wir machen daraus einen Podcast, dann hören den viel mehr Leute. Im Auto oder so. Und das heißt, wir erreichen viel mehr Leute oder wir schaffen Reichweite. Und dann sagt man sich, hey, wenn ich jetzt Apollut abschalte, dann schalte ich all diese Autoren ab und rasiere die Reichweite. Das ist das Erste. Aber dabei wird es nicht bleiben. Dann wird man danach eben auch Einzelpräger rasieren. Wenn also ein einzelnes Portal zum Beispiel es schafft, als bisher unauffälliges Portal, die AKI-Files freizuklagen, dann ist vollkommen klar, dass man sich dieses Portal angucken wird, weil das, was da passiert ist mit dem Freiklagen und das Gespräch darüber, das gefällt denen da oben überhaupt nicht. Wobei ausgerechnet, die bräuchten ja jetzt besonders viel Geld, weil die müssen ja weiterklagen, die freigeklagten Dinger. Die sind ja hauptsächlich schwarz. Das ist kein Humor, sondern das ist Vertuschung. Genau, so heißt das. Also die, die uns immer anschwärzen, schwärzen selbst. Das ist interessant. Aber was ich auch immer wieder sagen möchte, ist vielen Dank für alle, die dann, wir haben uns eine neue Bank gesucht. Eine Internetbank diesmal, die in Europa zwar liegt, aber das ist keine Bank mehr, wo deutsch gesprochen wird. Das ist eine Internetbank. Wir werden auch eine physische Bank bekommen, aber wir bekommen als Medium in diesem Land keine Bank mehr. Und das heißt, jemand, der uns bisher unterstützt hat, der schützt, wenn er uns jetzt weiter unterstützt, ja sein Investment, weil es genau wie hier, dieses Programm existiert ja nur, nicht weil ihr Geld von den GEZ-Gebühren bekommt, sondern weil Leute sagen, obwohl ich echt gut informiert werde von ARD und ZDF, gebe ich noch Kleingeld aus, um eingeschränkte Frau zu machen. Und wenn eine eingeschränkte Frau verschwinden sollte, weil irgendjemand anruft, sagt, mach die mal aus, kündige dir das Konto, dann erfahren die Leute ja nicht mehr das, für was sie bisher bezahlt haben. Und es schien ihnen ja wichtig zu sein. Also, was ich sagen möchte, ist, eigentlich sind die User gemeint. Wenn man die Brückenköpfe abschaltet, dann sind die User gemeint, weil man möchte nicht mehr, dass die User sich informieren. Und das hat ja Frau Faeser ganz klar gesagt, und da geht es ja nicht nur um Portale, wenn man die falsche Partei unterstützt, da geht es nicht nur an die Partei, sondern da heißt es, sie haben dieser Partei eine Spende zukommen lassen, da werden Steine umgedreht, da muss der starke Staat da sein. Das ist ja auch, Truckern passiert irgendwo in Kanada auf der falschen Demo, dann hat man denen das Konto gekündigt, damit die keinen Benzin mehr kaufen können. Also, wir sehen, das ist überall so. Und ich habe das schon vor langer Zeit prognostiziert, es wird der Tag kommen, da reicht es nicht nur, dass du die entsprechenden Medien nicht mehr guckst, die du nicht mehr gucken darfst, sondern da musst du nachweisen, dass du die richtigen Medien guckst. Dann musst du Funke-Gruppe geguckt haben. Dann musst du die letzte Lands-Sender geguckt haben. Dann musst du den aktuellen Impfstatus haben, sonst kündigt mir dein Konto mit deiner neuen Digitaldehre. Und das ist der Weg, wohin wir uns bewegen. Das ist ganz offensichtlich das Ziel, was damit verfolgt wird. Aber vielleicht für diejenigen, für die das noch ein bisschen neu ist, so nach dem Motto, was hast du falsch gemacht? Das machen die doch nicht einfach so. Hast du Steuern hinterzogen? Hast du Schwarzgelder gewaschen? Hast du Kinderpornos publiziert? Oder was weiß ich. Gab es irgendwann mal juristisch irgendwas, was so eine Kündigung hätte rechtfertigen können? Eben nicht. Eben nicht. Es gibt nichts. Das heißt, unsere Bank in Pirna sind super Banker. Die haben uns damals mit offenen Armen aufgenommen. Das sind wirklich gelernte DDR-Bürger, wie sie sich selbst bezeichnet haben. Also richtige taffe Typen, die gesagt haben, ja, ihnen kommt das irgendwie sehr bekannt vor, aus ihrer DDR-Geschichte. Und wir haben vier Stunden über Gott und die Welt geredet. Und dann hieß es, wir waren doch noch wegen, ach ja, das Bankkonto. Und wenn es mal, wirklich toll. Und wenn es irgendwo ein Problem gab, mal irgendetwas hat nicht funktioniert, dann haben die uns persönlich angerufen. Wir haben das geklärt und haben eigentlich, wie geht es der Familie? Und dann, alles klar. Okay. Und plötzlich bekommen wir einen Brief und hielten das erst für einen Joke, weil der Brief war so mit Kringeln unterschrieben und nicht mit Namen. Da dachte ich, das muss ein Joke sein. Irgendwann, nach einer Woche, habe ich da doch mal angerufen. Da hieß es, doch, ist so. Und die waren sehr kurz angebunden und nicht, wie man sie bisher kannte. Okay. Das war schon sehr ungewöhnlich, weil wir waren wirklich herzlich. Wir haben oft lange telefoniert, mit der Geschäftsführung und so. Und obwohl ja ein Banker ja keine Zeit, lange telefoniert und so weiter, wie es so läuft, wie es so geht und so weiter und über Politik und alles Mögliche geredet. Und jetzt waren die ganz kurz angebunden. Ja gut, wer hat die genötigt, so zu haben? Das ist die Frage. Das habe ich auch gestellt, die Frage. Und da hat man mir gesagt, bitte fragen Sie nicht. Ich darf darüber nicht reden. Ich kann nur sagen, es kommt von ganz oben. Diese Maßnahme darf nicht hinterfragt werden. Ja. Das tut mir auch leid, dass Banker so etwas sagen müssen, weil ich genau weiß, es tut ihnen persönlich weh. Aber man kann natürlich jeden Menschen irgendwo unter Druck setzen. Auch Banker haben Kinder zum Beispiel. Auch Banker haben vielleicht eine nicht abgezahlte Doppelhaushälfte und so weiter und so fort. Und dass jetzt genau diese Bank im Fokus ist, dafür gibt es schon Gründe. Bei dieser Bank war auch RT Deutsch. Und dass es dort Ärger geben würde, das war mir im November klar. Da erschien nämlich ein Artikel bei dem Denunziationsnetzwerk Korruptiv. Und die haben geschrieben, die Bank der Extremisten vertrauen. Da fiel der Name der Bank. Und warum? Weil das Bündnis Sarah Wagenknecht nach Pirna ging. Oder nach Pirna gegangen ist. Und die Frage, die ich mir damals gestellt habe, die ich auch heute stelle, ist, Sarah Wagenknecht als eine politische Kraft, die sich aus der Linken verabschiedet hat und die Linke dadurch in die Bedeutungslosigkeit schicken wird und vielleicht sogar die Erfolgs-, die Zahlen der AfD rasieren könnte. Da wird es Umschwung geben. Das glaube ich. Man kann sein, dass einige Leute sagen, ja, kann ich jetzt das wählen. Die hat ja auch aufgrund ihres Lebensabschnittsbegleiters im Saarland doch die Möglichkeit, im Saarland eine Bank zu bekommen. Ist ja kein Problem jetzt für Oskar Lafontaine die Bank zu bekommen. Warum geht das Bündnis Sarah Wagenknecht ausgerechnet in eine Stadt kurz vor der Grenze? Das ist eine Frage, die ich einfach im Offen stelle. Ich glaube nicht, dass Sarah Wagenknecht nach Pirna geht, sondern das Umfeld sagt, lass uns nach Pirna gehen. Was ist das für ein Umfeld? Gute Frage. Ich habe keine Erklärung. Und als ich das damals las, der Artikel erschien am 27. Zwei Tage vorher haben die das Geheimtreffen beobachtet, wo sie später gesagt haben, wir erfinden Geschichten. Das ist dieselbe Truppe. Ach so, du meinst ja diese Potsdam-Konferenz, wo die ganz vielen CDU-Mitglieder waren. Ja, mehr CDU als AfD. Das ist dieselbe Truppe. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, das ist ja eine Organisation, die sind dahin und das macht ja Sarah Wagenknecht nicht selber. Die ruft ja nicht an. Sarah Wagenknecht hat ja keine Zeit dafür. Ist ja auch in Ordnung. Die ruft ja nicht an und sagt, hallo, ich mach die nicht, sondern ich mach das, was sie macht. Sie macht Politik und Auftritte und denkt nach. Aber dieses Umfeld hat ja entschieden, wir gehen zu dieser Bank. Und da habe ich damals schon gedacht, merkwürdig. Und das wird ja immer vergessen, ich bin ja jemand, mein Beruf besteht darin, Muster zu erkennen. Ich erkenne Muster. Und die Muster sind am Ende des Tages irgendwie immer gleich. Das ist wie jemand, der 30 Jahre lang Schach gespielt hat, der erkennt relativ schnell nach dem fünften Zug, ob der Typ, der da spielt, ob das ein Profi ist. Das kann ich erkennen. Und ich habe damals gedacht, das sieht nicht so aus, als wenn da Laien spielen. Sieht nicht so aus. Und da habe ich damals schon gesagt, von der Laien vielleicht. Diese Laiendarsteller spielen das ja nur. Das wird Ärger geben. Und denen hat es jetzt gegeben. Warum bin ich hier? Es geht nicht darum, dass die versuchen, ein Portal abzuschalten, weil sie den Typen dahinter nicht mögen, weil ich publiziere dort gar nicht. Es geht darum, den Markt komplett zu rasieren, weil wir haben es während Corona gesehen, die sogenannten konzernunabhängigen Medien hatten doch es geschafft, sehr viele Menschen kritisch werden zu lassen und die sind auch kritisch und werden es auch bleiben. Also diejenigen, die die Corona-Zeit dahingehend überstanden haben, dass sie sich keine Spritze haben setzen lassen, die sehr kritisch sind, die holst du sehr schwer ins System zurück. Und wenn du denen dann in unserem Fall die YouTube-Konten sperrst, die Facebook-Konten scherst, die Social Media kaputt machst und die gibt es dann immer noch, weil sie ihre eigenen Server aufbauen und das alles selber machen, was bleibt dir dann noch als System? Die Achillesferse. Das Geld. Das Geld. Das Geld. Also du müsstest auch, glaube ich, mit hochbesteuertem Benzin irgendwie hierher fahren. Ja. Ansonsten hätten wir jetzt vielleicht eine Zoom-Konferenz, aber schön, dass du da bist. Nein, ist immer besser. Unbedingt. Und es ist so, da wird am Stamm gehackt. Genau. Es wird am Stamm gehackt und es geht nicht darum, den Baum zu Fall zu bringen, sondern dass ihr keinen Äpfel kriegt. Genau. Ja. Also wenn du jetzt hier das intochternierte Gehirn Nils da hattest. Ja. Oder was ich, ihr verbreitet das Interview von Daniele Ganser oder von Ernst Wolf oder von wem auch immer, dann folgen euch ja Leute, weil die euch mehr vertrauen. Das heißt, die Wehrung ist Vertrauen und dieses Vertrauen, das ihr jetzt habt, das hat ja jemand anders nicht mehr. Das ist so ähnlich wie mit Geld. Das heißt, es wird nicht mehr oder weniger Geld, sondern es gibt ein Grundvertrauen und das wechselt halt jetzt vom öffentlich-rechtlichen Apparat in den privaten. So. Und das entscheiden die Leute selber. Die werden ja nicht gezwungen. Die sagen, ich glaube den Kollegen bei Sender A oder B einfach nicht mehr und ich führe mir jetzt das woanders. Glaubwürdiger. Ich sage immer dazu, man soll nicht alles glauben, was man bei EingeschenkTV sich reinhaut. Ja. Oder bei Apollut oder wie auch immer. Ich sage jetzt, was Ernst Wolf sagt. Ich sage, was Daniele Ganser sagt. Das ist eine Möglichkeit, sich mit Informationen zu versorgen. Weiter recherchieren, weiterhin erfragen. Weil Denken bedeutet, tatsätiges Denken bedeutet, bereits Gedachtes anzweifeln. Genau. Das ist wirkliches Denken. Denken 1 und Denken 2, würde ich jetzt eher sagen. Das eine ist so die Reflexion. Das andere ist die Verknüpfung und Neugenerierung von Schlüssen aus Erfahrung. Was denkst denn du? Und es gibt ja diesen schönen Spruch, den muss ich immer mir denken. Ich komme mir immer in den Kopf, wenn ich dich sehe. Das Denken ist rund. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Aber hallo. Ja. Ganz oft. Es geht darum, eigene Sachen zu denken. Und das ist das, was ein Staat ja nicht will. Ein Staat möchte, dass du gehorchst. Und ich kann immer wieder sagen, der Mensch kommt frei auf den Planeten und der Rest ist Erziehung. Was ist Erziehung? Erziehung ist auch eine Form von Drill und es beginnt damit, du sollst so gehorchen, du sollst das machen, was andere machen, du sollst das Denken so handeln. Und ich bin der Meinung, dass der Mensch die Aufgabe hat, Verantwortung zu übernehmen und das bedeutet eben auch, frei zu denken. Und wenn aber jetzt jeder frei denkt, dann kannst du Massen nicht unbedingt lenken. Die sollen nicht frei denken, die sollen das tun, was man ihnen gesagt hat. Dann kriegen sie auch hier Leckerli. Und freie Medien sorgen dafür, dass Leute Dinge hinterfragen. Und so funktioniert natürlich nicht ein System, was von der Pyramide die Puppen tanzen lassen möchte, wenn da jetzt jeder Fragen hat. Und das ist, ich bin gleich fertig, das ist das Dilemma, was wir in den letzten Jahren erleben, weil das Internet ist ja nicht nur ein digitales Aufwachzimmer, es ist auch ein Propaganda-Leck. Weil auf einmal sagen die Leute, das habe ich jetzt aber anders gehört. Weil niemand geht heute, sagt, was ist denn jetzt gerade in der Ukraine los oder was läuft denn gerade Iran, Israel. Du, ich bin noch nicht dazu gekommen, heute Abend gucke ich die Tagesschau, dann weiß ich das. Das ist nicht so. Du hast ein Gerät, zack, zack, zack und informierst dich überall. Und zwar, was dir gefällt, du kannst jede Menge deutsche Sender gucken, deutschsprachige Sender gucken, ausländische Sender gucken. Das hat der Staat nicht mehr im Griff. Und aus diesem Grund sagen immer mehr Leute, wir haben alle unser Radio London, wir hören alle Westfernsehen. Und das ist das Problem, was wir gesellschaftlich haben, dass immer mehr Leute sich an der Propaganda vorbei informieren. Und wir als deutsche Brückenköpfe, die wir einen Großteil des deutschen Publikums ansprechen, und zwar so ähnlich wie Herbert Grönermeyer jetzt seinen Platten Deutsch anspricht und wenige Briten kaufen. Herbert Grönermeyer, ist klar, hat er mal versucht. Ich glaube, eine englische Platte hat sie nicht verkauft. Aber wir sollen weg, damit die Leute wieder den Rest hören und gucken müssen. Und da besteht die große Gefahr dahin. Das heißt, das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben an Auffachprozessen, das will man wieder zurückfahren. Und das wäre auch möglich. Okay, das muss man jetzt mal weiterdenken. Das heißt, wenn es nur noch Heuschreckenwurst im Aldi gibt, aber was anderes nicht mehr, dann müsst ihr Heuschreckenwurst essen. Ja. Und wenn es nur noch diese CO2-Budgetierung gibt, dann müsst ihr halt mehr Fahrrad fahren. Und wenn es dann bloß noch ARD gibt, weil es die anderen nicht mehr gibt, dann habt ihr halt bloß noch eben diese Informationen, die dort durch die Redaktion und durch den Faktencheck und wie auch immer durchgelaufen sind. Das heißt, es geht ja um eure Köpfe. Es geht ja nicht um unsere Köpfe. Wir werden ja nur geköpft, damit wir eure Köpfe nicht erreichen. Ja, es ist ein Gängelungsstaat, der natürlich dogma-gesteuert ist, wie das oft so ist, weil das Übel gedeiht ja nie besser, wie wir in einem Ideal davorstehen. Das war im Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus drin. Da gibt es jemanden, der sagt, wir müssten die Menschen zu ihrem Glück zwingen. Das ist genau die Idee des Klaus Schwabs. Der hat definiert, das ist ja alles dieses Denken, wir werden nichts mehr besitzen, wir werden alles leihen, wir werden glücklich sein. Das ist eine Art Befehl. Das ist nicht, sie könnten sich vorstellen, sondern sie werden alles leihen. Sie werden nichts mehr besitzen. Das ist keine Interpretation mehr. Und sie werden glücklich. Seien sie gefälligst glücklich. Und glücklich kannst du nur dann sein, wenn du das, was man dir vorsetzt, frisst und das andere nicht, was sie irritieren könnte, gar nicht weißt. Weil was du nicht weißt, mach dich nicht heiß. Natürlich wird das nicht funktionieren. Das ist klar, weil der Mensch spürt intuitiv, dass irgendetwas nicht stimmt. Und da gibt es ja auch viele Filme, dystopische Filme aus der Vergangenheit, die das alles schon zeigen. Was wir hier im Moment erleben, ist THX 1138. Ja, von, ich glaube, wer hat das? Francis Ford Coppola war, glaube ich, einer seiner ersten Filme. Diese Dystopie. Oder auch, das ist Gattaca. Das ist Matrix. Ja, das sind diese Filme, dahin geht die Reise. Und wenn du das aber nicht möchtest, und ich glaube, es wird grandios scheitern, aber mit einem sehr hohen Preis, weil es Orwell, dann ist Krieg, Frieden. Das erleben wir jetzt. Ja, das erleben wir komplett. Dann musst du dir die Frage stellen, mein Denken gehört doch mir. Und nur, wenn Leute sagen, ja, was habt ihr denn verbreitet, dass man euch irgendwie, ist das wichtig, unwichtig, Faktencheck und so weiter. Wenn wir uns überlegen, wenn wir uns mal nur auf Corona konzentrieren, das können ja viele erinnern, wie beim 9-11, kann jeder sagen, während der Corona-Zeit weiß ich, wo ich war. Da kann der Herr nicht sagen, das weiß ich nicht, das habe ich nicht mitbekommen. Jeder, der über 15 war, weiß, wo er am 11. September 2001 war. Jeder, der in der Corona-Zeit über 15 Jahre weiß, wo er war, er hat das mitbekommen. Und alles, was wir damals an Kritik gehört haben, kam aus den alternativen Medien. Und jetzt, wir waren Schwurbler, weil was wir gesagt haben, was Masken tatsächlich bringen, dass diese Impfung nicht wirklich ausgereift ist, das kam alles von Alternativen, das waren alles Schwurbler. Und jetzt ist es ein alternatives Medium, Multipolar, großes Respekt an Paul Schreier und seine Crew. Dankeschön. die das jetzt publiziert haben und das heißt, ohne die hätten wir vorher, das wäre nicht sensibilisiert worden und wüssten es auch nicht. Und wer bringt es denn am Ende? Es wird ein bisschen gesprochen bei Markus Lanz, da treffen sich dann Täter. Da kommt dann hier Frau Göring und Herr Blome, dürfen dann reden. Genau, da gibt es dann einen Arbeitskreis zum Vertuschen. Ja, ja, schön, dass du es sagst. Aber da wird nicht der Paul Schreier mal eingeladen, der wäre ja der Kammerbo eigentlich. Der wird nicht eingeladen, da werden auch keine Opfer eingeladen, sondern die bestimmen das Narrativ. Und das heißt, wenn das alles weggefallen wäre, dann wüsstest du nichts. Und das ist genau die Gefahr, die darin besteht. Das heißt, du bist dann wieder nur auf dieses komische SED-Fernsehen angewiesen. Und da muss ich ja dem DDR-Bürger nicht sagen, wohin das führt. Und das ist für uns vorgesehen. Ja, die wissen das. Die haben da noch so gewisse Schablonen und sagen, das kenne ich doch schon irgendwo her. Sag mal, der Taka Karlsson hat doch den Putin interviewt. Das ist richtig. Hat der noch ein Bankkonto? Ich glaube schon. Warum? Weil Taka Karlsson ist natürlich, vertritt natürlich eine Gruppe von Menschen in den Vereinigten Staaten. Das sind jetzt nicht wenige. Und der hat sehr vermögende und reiche Freunde mit eigenen Banken. Aber, weil du das ansprichst, die reine Kritik, die reine Manöverkritik, die reine Analyse, das habe ich ja sehr lange gemacht, aber ich habe damit ja aufgehört, das täglich zu tun. Deswegen ja auch nicht mehr absolut, sondern nur beratend. Ich mache ja auch auf meinem eigenen Portal sophisticated eher die anderen Themen, nämlich Lösungen. Es geht um Lösungen. Und wenn Leute, die mich dann fragen, weil ich bin ja auch auf Tour mit dem Vortrag zum Thema Soziologie, ich soll nur Lösungen bringen, ich soll sie bringen, dann sage ich, hör zu, da sieht man schon, was Drill bedeutet. Du denkst nämlich, da kommt dann einer und der macht für dich dann alles. Also da kommt jetzt eine große Partei und die bringt das neue Wahlprogramm und dann glaubst du, ist alles anders. Eine neue Partei kann eine Menge Dinge verändern, aber wesentlich ist, dass du dich mitveränderst. Die Partei kann das dich machen. Wenn du eine Partei hast mit, was ich, 50.000 Mitgliedern und nur die würden sich ändern und die restlichen 80 Millionen in Deutschland würden genauso bleiben, dann würde sich nichts ändern. Du musst schon auch etwas mit einbringen. Das musst du verstehen. Ich meine, die Parteien in Deutschland ändern sich, aber die müssen ja ihre Leute mitnehmen und das sind ja die Medien auch schon wieder. Das heißt, eine CDU ist doch gar nicht mehr die CDU, die wir bisher kannten. Die haben sich komplett geändert, aber dann medial auch mitgenommen. Genau, also deswegen, ich bin nicht der Erlöser, aber es geht darum, dass wir sagen, okay, was können wir denn tun und deswegen ist eine solche Kündigungswelle auch eine Riesenchance. Ich habe das damals bei YouTube ja gesehen, als wir uns den Kanal geknallt haben mit 500.000 Usern und wir hatten sehr viele Übersetzungen auch im bedachtbarten Ausland. Viele Menschen haben die Programme in andere Sprachen übersetzt. Da hatten wir noch mal weitere Millionen Klicks. Das heißt, andere Völker haben gehört, haben das Programm gesehen mit ihrer Landespartner, was wir so hören, Deutschland denkt gar nicht so. Hier kommen Stimmen aus Deutschland, die sind ganz anders. Das ist ganz wichtig für die Völkerverständigung. Das ist ganz wichtig. Unbedingt. Und deswegen wollte man das ja auch nicht, damit Narrative und Zerrbilder produziert werden können. Und ich glaube, wir haben dann gesagt, okay, wir müssen auf eigenes Server und diese Technologie, die wir heute benutzen, die war damals noch nicht so ausgereift. Also haben wir die mit erarbeitet, mitproduziert, mitgearbeitet und ich teile das heute. Also so wie wir heute Programme streamen, die eben ruckfrei laufen, das ist nicht selbstverständlich wie bei YouTube, weil YouTube hat ja Milliarden. Google. Wie machen wir das als Alternativen? Wenn wir dort eben gucken, mit welchen Server, mit welcher Technologie, mit welcher Software, wie läuft das eben alles, dann teile ich die Informationen. Wenn mich jemand anruft, sagt, wie macht ihr das, dann gebe ich das weiter. Ich sage nicht, bei uns läuft es, bei euch läuft es nicht, sondern ich gebe das weiter. Und das heißt, wir sind auf diesem Gebiet weiterhin Pioniere, weil nur wenn wir im Team arbeiten, wenn wir gemeinsam dieses riesige große Boot von der Titanic zu Wasser lassen, erreicht es das Wasser überhaupt. Weil ich allein in so einem Boot, allein auf der Insel, das bringt mir jetzt auch nichts. Wir müssen da schon mehr sein. Also helfe ich natürlich mit. Und hier ist die große Chance zu sagen, okay, unsere Achillesferse ist, dass wir keine eigene Bank haben. Wir, die Alternativen, haben keine eigene Bank. Hätten wir aber eine eigene Bank, ich habe da auch drüber nachgedacht, das ist gar nicht so teuer. Ich kenne die Leute, die die Patte hätten. Da brauchst du aber eine Lizenz dafür. Das heißt, die BaFin kann da sagen, ich mache dich aus. Zum Beispiel, indem ich zu einer solchen Bank sage, Banken machen ihr Geschäft auch im Dollarraum. Du darfst nicht mehr mit dem Dollar handeln. Dann könnte die Bank zumachen. Wenn es ein sehr vermögender Banker ist, der sagt, ach, ich mache so ein bisschen Hobbybanken im deutschsprachigen Raum ohne Dollar, können sie ihm trotzdem die Lizenz wegnehmen. Sie können ihm am Ende die Lizenz wegnehmen. Auch das würde uns nichts bringen. Sag mal, ist das auch der Hebel unter Umständen hinter den Kulissen? So nach dem Motto, wenn ihr weiter mit diesen Leuten, dann ist eure Lizenz. Ja, kann sein, dann wird diese Filiale geschlossen oder sie schicken wir irgendwo hin oder gegen sie planen wir irgendeinen Artikel und irgendwann wird jeder weich. Ist ja auch klar. So, spätestens wenn du eine Patrone im Postkasten hast, weißt du, was soll das heißen? Das passiert ja. Ja, so, da sind wir ja heute. So, und ich glaube, der Punkt ist, dass wir darüber nachdenken müssen, wir haben das Dilemma auf diesen Planeten, in diesem zentralistischen System, in den Pyramiden, dass am Ende alles am Geld hängt. Also, gib mir die Macht über ein Geldsystem und mir ist egal, wer das Land regiert. Da sind wir. Da sind wir eben. Okay, das heißt, diese Regierungen hängen natürlich am Gängelmahl der Banken, die unsere Welt kontrollieren. Das wird ja schon. Also, Entschuldigung, das war nicht Henry Ford, das war. Das war Rothschild. Rothschild. Da hat er recht mit. Das ist eine richtige Analyse. Und da sind wir bei Network, wenn du den Film aus 76 kennst, ja, da wird ja schon gesagt, es gibt keine Nation, es gibt keine Demokratie, es gibt nur die großen Firmen IT&T, Exxon, das sind die der Erde. Das ist damals schon analysiert worden. Es sind die großen, riesigen Konzerne, die großen Techplayer, Google, und wie sie alle heißen, die an der Straube drehen und einfach gegen einen Staat Politik machen können. Das hat Angela Merkel gut wiederholt. Du kannst dich gegen den Markt, wir haben eine marktkonforme Demokratie. Da treffen sich die Multiplayer und da kann dann einer mit einem Knopfdruck, kann eine Person, ja, an der entsprechenden Position, mehr Geld bewegen wie das Bruttosozialprodukt von Indien. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. So, das geht aber nur, wenn das das Geld ist, was der Staat ausgibt und was du benutzt. Wenn du dieses Geld nicht mehr benutzen würdest, weil du dein eigenes Geldsystem hättest, dann wäre es schwierig. Dann wäre es schwierig. Und darum geht es mir. Gibt es so etwas? Bei uns arbeitet regelmäßig Ernst Wolf. Ich habe damals für ihn ein Format erfunden, The Wolf of Wall Street, wo es um Geld geht. Ich weiß, dass Ernst Wolf sehr gut sich mit Geld auskennt und er ist kein Freund von Kryptowährungen. Sehe ich aber ein bisschen anders. Ja, ich sehe es ein bisschen anders und ich sage, wenn wir eine Chance haben wollen, dann brauchen wir Kryptowährungen und vor allem muss es unsere eigene sein. Es darf keine zentrale Kryptowährung sein. Es muss eine Kryptowährung sein, die diesem Satz nahe kommt. Die Zeit ist reif für ein demokratisches Geldsystem. Und es gibt diese Kryptowährungen schon zwar schon lange. Genau, mit diesem Satz hat er immer beendet. Es ist Zeit für ein demokratisches Geldsystem. Und jetzt ist ja die Frage, wie könnte so eins aussehen? Weil, ich sage jetzt mal, Geldsystem hin, Geldsystem her, da kommt dann irgendwie so die Order, das SWIFT-System wird abgeschalten, ich kann nicht mehr nach Russland überweisen. Zack. Die müssen ihr eigenes Geldsystem machen, die haben es gemacht. Haben sie auch. So, die haben es gemacht. So, und diese Macht, die im Prinzip ganze Staaten, ganze Kontinente per Knopfdruck abschalten kann, die hat sich ja insofern auch entpuppt. Und das von sogenannten russischen Oligarchen, ich glaube, es gibt auch amerikanische Oligarchen, die werden bloß anders genannt, das sind dann Philatropen, aber auch abschalten. Das heißt, irgendwo ist eine höhere Macht, ob der Faktenchecker oder wie auch immer heißt, zack, der schaltet mal ab. Wurden da nicht auch Kryptobörsen oder Kryptokonten gesperrt? Das gibt es alles. Aber, wenn du eben siehst, wenn man sagt, da gehe ich irgendwo anders, in ein Land wie Dubai zum Beispiel, rasiert gerade alle russischen Konten. Da gibt es Mächte, die sind so stark, die sagen dann zu Dubai, okay, ihr habt große wirtschaftliche Interessen in Amerika und gibt kleinere mit Russland, entscheidet euch. Genau wie Deutschland. Man sagt, ihr verkauft sehr viel in die Staaten, ein bisschen was in Russland, entscheidet euch. Dann müssten die Deutschen sich eigentlich für China entscheiden, weil sie ihr größter Player, aber der wird ja unter Druck gesetzt. die Deutschen sowieso jemals frei entscheiden können. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, aber zurück zum Geld. Wir kriegen ja eine Kryptowährung. Der digitale Euro wird ja vorbereitet. Also die Frage, damit habe ich nichts zu tun, die ist erledigt. Die wird eingeführt, diese Kryptowährung. Da wird dann jeder ein Konto haben bei einer Bank. Da kannst du nicht zu einer anderen wechseln. Wenn du dann ein Problem bekommst, weil du hast nicht den neuesten Impfstatus, das wird einfach ausgegeben von der WHO. Das heißt, deine Bezahlkarte oder deine Bezahl-App auf deinem Mobiltelefon, diese eine Nummer, ist verknüpft mit deinem Impfstatus und wenn du die nicht ergänzen kannst durch Spritze, kannst du nicht mehr bezahlen. Dann wird es die 15 Minuten Städte geben. Das heißt, dein Geld wird, wenn du die Reichweite überschritten hast, wird es weniger wert werden. Das ist alles möglich. Richtig. Das kann man ja mit einem CO2-Status oder vielleicht mit einem Mail-Auf erhalten. Du kannst gängeln. Du kannst im Prinzip alles machen. Das ist dann auch kein Faktencheck mehr, sondern das ist dann Nudging und zwar über die finanzielle Schiene. Dich zwingt auch keiner. Du weißt ganz genau, du kannst dir Sonderpunkte verdienen, du kriegst dann plötzlich wieder mehr Grundseinkommen, wenn du Leute denunzierst. Alles kommt, alles kommt. Aber zurück, das heißt, solange du Währung von einem Staat bekommst, der dich füttert, kann er es dir auch wegnehmen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest dein eigenes Geld, deine eigene Kryptowährung. Nur das mal vorstellen, was man dir nicht wegnehmen kann, weil da gibt es keine Zentralbank, da gibt es keinen Banker, sondern der Banker wärst du. Ja, solange Leute da sind, die dieser Währung quasi Vertrauen entgegenbringen und Kredit ist ja Vertrauen. Ist so. Solange es Menschen gibt, und niemand mehr diesen Schalter umlegen kann, dann wäre ich quasi frei. Ich wäre nur im direkten, vertraglichen Verhältnis zwischen mir und demjenigen, dem ich diese, meine Währung anbiete, kann sie ja nehmen, er muss sie nicht nehmen. Das ist ja bei diesem Euro anders, er muss ja nehmen. Genau, muss. Aber stell dir vor, ein Dorf, was groß genug ist, dass jeder wichtige Berufszweig abgedeckt ist und da ist es einfach nur so, du bist in diesem Dorf und es wird per Handschlag gemacht. Man kennt sich, man macht das. Der Arzt geht zum Schuster, der Schuster geht zum Mechaniker und das wird, so läuft das. Und so funktioniert die Kryptowährung, wo ich für werben möchte, auch wenn das schlechtes Deutsch ist, für die ich werben möchte, dass man sich damit beschäftigen möge. Man muss das nicht tun, aber ich glaube, es ist ein Fehler, es nicht zu tun. Es wäre ein Fehler gewesen, zu sagen, du mit Smartphones und App und so damit kümmerst, das brauche ich nicht. Das ist ja noch nicht so weit. Am Anfang waren Smartphones und ihre Möglichkeiten, damit zu filmen und Kameras, das war alles noch Kinderschuhe. Heute reicht kleinste Technik, dass wir hier nicht das ZDF brauchen, um ein sehr gutes Produkt zu schaffen, weil wir uns damit beschäftigt haben. Wenn wir darauf gewartet hätten, dass das ZDF gekommen wäre, um uns darin zu unterrichten, wir sollten hier sitzen. Das legendäre Video mit dem Joker, das war ja auch mit dem Smartphone. Genau, war einfach mit dem Smartphone. So, und der Punkt ist, ich möchte, dass die Menschen sich damit beschäftigen, vor allem die Portalbetreiber, sich mit dem Bitcoin beschäftigen und auf ihrer Seite anbieten, dass User auch sagen können, es gibt es ja alles, kann man bei Appolutivant sehen, bei Sophisticated, man konnte es bei KNMM sehen, man wird es bei vielen anderen auch eben sehen können. Ja, Fairtalk macht das auch so. Sagt, okay, da gibt es die Möglichkeit, da kannst du sagen, ich möchte gerne mit 10 Euro unterstützen. Super, Euro oder auch in Bitcoin und dass man sich damit beschäftigt. Damit man sich mit dem Thema beschäftigt, da gibt es ja keine Apps, zum Beispiel Blink oder so etwas, wo man sagen kann, da gibt es viele Börsen, was ist denn überhaupt Bitcoin? So, und es gibt ja auch diese Bitcoin-Partys von dieser 21er-Gruppe und da ist es eben so, da kannst du schon mit Bitcoin bezahlen, das sind so ganz normale Kassensysteme, wo du sonst deine Karte drauf hältst und nimm dann einfach Bitcoin, also Satoshis, die Unterwährung, weil der Bitcoin ist ja gerade, ein Bitcoin liegt ja glaube ich gerade bei 60.000, da bezahlt ja kein Mensch. Bis das rauskommt, ist es ja ganz woanders. Genau, aber man bezahlt, das ist praktisch das Kleingeld und jetzt vielleicht für alle, die von Bitcoin so gar keine Ahnung haben. Der Bitcoin ist entstanden nach der Finanzkrise. Wer das ganz genau gemacht hat, das weiß man nicht. Das ist eine Legende, die sind dann auch verschwunden. Fakt ist nur eins, der Bitcoin ist eine digitale Währung, wo vollkommen vorher festgelegt wurde, ist eine mathematische Rechenexempel, ein Rätsel, dass es am Ende 21 Millionen Bitcoins geben wird. Oder Bitcoin, gibt ja nicht die Mehrzahl. Es wird am Ende 21 Millionen Bitcoin geben, nicht mehr und nicht weniger. Man muss sich das vorstellen wie ein Kuchen. Und der letzte Bitcoin, man spricht hier von Schürfen, das ist so richtig wie früher Gold. Das ist immer die Analogie mit Gold. Genau, ja genau. Der letzte wird geschürft sein im Jahre 2140. Da ist der letzte da. Also ist vollkommen klar, ist begrenzt wie, es gibt so viel Gold in der Erde und da wird der letzte Unze draußen sein. Steht das eigentlich schon in der Agenda 2030? Das glaube ich nicht. Und es ist so, in regelmäßigen Abständen wird von diesem großen Kuchen, der da ist, mehr als die Hälfte, von den 21 Millionen sind schon über 19 Millionen geschürft. Das heißt, die jetzt noch da sind, sind ja nicht mehr so viele. Braucht man noch so lange? Ja, weil es jedes Mal der Schürfintervall halbiert, immer was passiert. Es wird immer kleiner. Wie wenn man den Abstand von dir bis da drüben und immer weniger, die Hälfte vom Tisch haben wir hier, davon die Hälfte, davon die Hälfte, davon die Hälfte. Es wird dann immer kleinerer Abständen, es dauert immer länger. Ja. Es gibt nicht mehr, es gibt nicht weniger und deswegen ist sie wertstabil. So wie Gold. Das ist die Idee dahinter. Die Idee ist dahinter. Das ist die Idee. Wenn man sagt, ja, da ist die selbe Idee, dass du sagst, die Idee hat irgendjemand in die Welt gesetzt, ich habe es nie verstanden, aber wenn ich einen Euroschein beim Bäcker auf die Theke lege, ist die Idee, dass er mir für dieses Papier ein Brötchen gibt. Das ist eine Idee. Der könnte auch sagen, was soll ich denn damit? Wenn du mit der falschen Währung in ein Land gehst und gehst damit nach Nicaragua und sagst, das ist nicht unser Geld, das ist doch Papiergeld. Das nehmen wir nicht. Dessen Idee ist eine andere Idee. Oder Länder, wo wir sagen, wir tauschen das. Oder wenn du irgendwo auf einer Insel bist, wo Euros gar nichts funktionieren, dann ist die Idee, was kannst du für das System leisten? Kannst du schrauben? Kannst du irgendwas haben? Ja, ich habe Papiergeld. Ich möchte gerne aus deinem Kühlschrank, den sie nicht haben. Ich hätte gerne einen Fisch auf dem... Nee. Unsere Idee ist, dass jemand arbeiten muss. Das ist unsere Idee. Papier haben wir nicht. Das heißt, es ist eine Idee, die in einer Zivilisation funktioniert, wo Arbeitsteilung ist und man Geld als ein Transportmittel nutzt. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, aber die Krypto wird ja auch mit Strom produziert. Das ist richtig. Übrigens, Geldautomaten verbrauchen auch Strom. Und wenn der Strom nicht mehr fließt, dann kannst du den Bitcoin ja gar nicht mehr... Das ist eine absolut richtige Kritik. 100% richtige Kritik. Nur, wenn auf diesem Planeten kein Strom mehr fließt, dann haben wir andere Probleme. Glaube ich. Genau. In dem Moment hört dieses Video auf. Dann ist Chaos. Genau. Dann ist Chaos. Dann kriegst du auch kein Benzin mehr, weil das wird ja mit elektrisch hochgepumpt. Dann geht auch keine Herz-Lungmaschine mehr. Dann haben wir andere Probleme. Dann haben wir, glaube ich, Totalausfall. Und dann ist auch Geld egal. Auch Gold wäre dann egal, weil dann ist das Recht des Stärkeren. Glaube ich. Ja. Wenn es lange genug geht. Wenn du in dieser Stadt für zwei Wochen den Strom abstellst, das kriegt die Polizei nicht mehr in den Griff. Also für das als Kritik, dass er sich nicht darauf einstellen kann, der soll das mal zu Ende nehmen. Die Polizei fährt nach zwei Tagen nicht mehr, weil selbst die Pumpe an der Tankstelle, dieses Autotank, braucht Strom. Und was ich sagen möchte ist, wenn man den Bitcoin verstanden hat, dass wir alle, die daran teilnehmen, unsere eigenen Banker sind und ob man das auf einer Wallet hat, eine Möglichkeit oder auf so einem Hardstick, die Idee ist, der Zugangsrode sind ja eine Handvoll Wörter, die man sich merken kann, die merkst du dir am besten, die fotografierst du nicht ab, die schreibst du möglicherweise irgendwo aus und legst sie unter Skissen oder in Safe, die merkst du dir. Und mit dieser Zahl kannst du jede Landesgrenze übertreten, holst dir einen neuen Stick, gibst die Wörter ein und hast dein Geld da wieder drauf. Ja gut, es gibt ja diesen Wort, so nach dem Motto, leg nicht alle Eier in einen Korb. Richtig. Ja, so. Deswegen, ob das jetzt Gold ist oder ein Bitcoin ist oder was anderes, was ich wieder volltauschen kann, es gab ja mal Zigarettenwährung oder sowas. Genau, kommt auch wieder mit dem Schwarzmarkt. Ja, all das ist ja eine Frage, ob das, was wir hier haben, wirklich alternativlos ist. Und das ist nicht alternativlos, es gibt Alternativen. Du musst die nicht erfinden. Es ist schon da. Genau. Wenn man jetzt eine bessere Idee hätte, so, aber man muss sich mal heute angucken, es gibt ja inzwischen auch sogenannte Instanzale Anleger, die in Bitcoin drin sind, die immer diese Wechselwirkung haben. Da kommt dann irgendwie eine große Company und packt da irgendwie Millionen rein, ja, oder Milliarden, kauft und verkauft. Den Bitcoin muss man als das verstehen, was er ist. Es ist die Währung, in die du reingehst und danach nicht mehr rausgehst. Denn wenn du jetzt anfängst, ein paar Satoshis zu kaufen, die werden wertvoller, verkaufst du dich. Aber du machst es ja nicht so, dass du, wenn du dir eine Aktie kaufst, dann kaufst du dir nicht heute eine Aktie und nächste Woche verkaufst du sie. Um diese Kurven auszugleichen, langfristig muss das Produkt gehen. Und langfristig geht das Produkt und zwar deswegen schon, weil wir uns der Grenze, weil der letzte Geschirr das Jahr nähern und weil es eine Währung ist, wo eben nicht die Zentralbank sagen kann, wir erhöhen die Geldmenge. Das geht nicht. Okay, ich bin auch ein bisschen konservativ. Ich tendiere dann schon zu dem, was Bitcoin ständig assoziiert, also tatsächlich dieses Gold. Okay, es ist schwierig, Gold jetzt quasi digital zu transferieren, davon abgesehen. Aber ich habe das mal durchgerechnet. Du sagst, es wird langfristig immer teurer und so. Jetzt gehen wir mal auf dieses gelbe Metall. 1971, 35 Dollar, eine Unze Gold. Heute, 2300 Parts erquetschte, bis ihr das seht, wieder woanders eine Unze Gold. Und 1971 hätte ich vor der Wahl stehen können, entweder das oder das. Dann sagt man, ja, Gold ist natürlich ziemlich doof, weil es bringt keine Zinsen. Nimm doch die 35 Dollar. Ja, die Frage ist, ich müsste ja heute 2300, hau mich tot. Ich habe das durchgerechnet. Es sind jedes Jahr 8% Wertsteigerung, aber Achtung, Zinsen musst du versteuern. Das heißt, du brauchst so zwischen 11 und 12% jedes einzelne Jahr, nur um den Kaufkraftverlust des Dollars auszugleichen und wieder die Unze Gold zu haben. Und dazwischen gab es natürlich schon diese Schwankungen, über die du auch sprichst. Es geht natürlich hoch und auch mal wieder runter. Bei den Bitcoins sind diese Schwankungen auch extrem. Aber langfristig hast du natürlich eine ähnliche Situation. Und jetzt nochmal zum Verständnis und ich möchte, dass die Menschen sich damit beschäftigen. Ich sehe mich da ja auch als Pionier. Das gibt es schon lange, aber es war nie massenkompatibel, immer noch nicht, weil es war so wie mit den ersten Computern, die Ataris, wo man noch, da gab es noch keine Maus, da habe ich auch gesagt, komm mal mit was wieder, wenn es geht. Da bin ich später eingestiegen und bei der Macintosh war auch ein bisschen schwierig. Auch die ersten digitalen Rekorder, die hatten nach einer halben Stunde war der Akku alle und ich war Reporter, musste Spezialbatterien haben. Da habe ich lieber meinen Marans noch genommen, bis das so war, dass man jetzt hält die Batterie, auch wenn es Winter ist. Es muss praktikabel sein. Das ist auch das Problem der Elektroindustrie oder der Elektroautoindustrie. Ei-Henne-Problem. Also ich würde ja ein Elektroauto kaufen, wenn die Batterien wären besser und es gäbe überall einen Schnelllader. Solange es nicht ist, wir würden auch mehr Schnelllader aufstellen, wenn wir mehr Elektroautos haben und so weiter und so fort. Deswegen schalten wir auch sämtliche Atomkraftwerke, weil wir keinen Strom brauchen. Es ist bei jeder Technologie so, wer fängt an. Eins ist mal klar, immer mehr Leute verstehen, dass diejenigen, die die Geldmenge erhöhen und damit die Inflation steuern, das nach willkürlichen Methoden machen. Das heißt, die fragen uns nicht. Das heißt, da findet ja eine kalte Enteignung statt, wenn deine 100 Euro an der Ladenkasse nur noch die Kaufdruck von 25 haben. Das sehen wir ja. Dann sagt der Habeck, die Zahlen, die Wirtschaft geht jetzt gut, die Zahlen sind schlecht. Das ist nicht alles Quatsch. Du weißt einfach, die 100 Euro, mit denen du früher deinen Kaufwagen vollbekommen hast, das ist jetzt noch eine kleine Tüte mit Grundnahrungsmitteln. Das ist einfach irre. Da kann er sagen, ja, aber Panzer sind billiger geworden. Mag sein, kaufe ich aber keinen. Um zurückzukommen, um zurückzukommen, wenn man sagt, das ist aber keine anonyme Währung, es geht doch darum, auch eine Währung zu haben. Der Staat soll nicht unbedingt wissen, was ich mit meinem Geld mache. Leute, die so etwas sagen, da weiß ich, okay, die haben sich nicht richtig mit Bitcoin beschäftigt. Ich möchte mal die Analogie wählen. Wenn du heute an einen Geldautomaten gehst und hebst von deinem Konto mit deiner Karte 500 Euro in Bargeld ab. Ich versuche immer, so viel mehr möglich Bargeld zu bezahlen. Ich kann nur dringend raten. Bar ist so, Bar ist das Wahres. Und du bleibst im Bargeldbereich und kaufst dir da ein Bier und andere bezahlen dich auch für deine Tätigkeit in Bar. Dann können diese Spikels ständig unter euch fluktuieren und der Staat wüsste nicht, mit wem du arbeitest, weil du das Bar machst. Das gibt es auch beim Bitcoin. Das heißt, es gibt diesen Bitcoin, diese Blockchain, wo jede Transaktion drin ist und es wird von sehr vielen Rechtern gezeichnet werden, damit die Transaktion korrekt ist. Wenn nicht, wird es nicht gerecht. Aber es weiß, jemand, der reinguckt, kann genau sagen, ah, da ist das und das passiert. Und wenn du das regelmäßig machst, entsteht ein Muster, dieser Geldfluss immer auf dieses Konto. Dann kann man irgendwann sagen, das ist dieser Mensch, weiß man. Wenn du aber aus diesem Netzwerk etwas rausnimmst auf die zweite Ebene, das Lightning-System, dann ist es wie, wenn du das Geld aus rausnimmst auf ein anderes System und kannst zwischen diesen beiden Mobiltelefonen Geld hin und her schicken und davon weiß das im System nichts. Also im Prinzip, wie wenn ich von meinem Konto Bargeld abhebe, in meinem Portemonnaie stecke und dann von Portemonnaie zu Portemonnaie das Bargeld tausche. Das ist dieses Lightning-System und das ist auch das, was wir auch bei uns anbieten. Auf dieser Ebene bleiben. Es geht um eine finanzielle Selbstverteidigung. Weil dann weiß der Staat das nicht mehr. Und wie gesagt, das, was du da hast und dein Konto, was du dann bekommst, auch immer jede Transaktion bekommt eine neue Nummer, damit es nie klar ist, wer das ist. Da reicht es, um auf dein Konto Zugriff zu haben, diese Zahlen im Kopf, diese Wörter im Kopf zu haben, wenn du ein Konto bekommst, wenn du dein eigenes Bitcoin-Konto anlegst und damit kannst du über jede Grenze und das kann niemand abschalten. Sie haben es versucht. Den Chinesen war das am Anfang überhaupt gar nicht recht, dass da jemand unabhängig ist. Sie haben es versucht. Es gibt Länder, die haben den Bitcoin sogar als Staatsregierung mit eingeführt, um aus der Verschuldung rauszukommen. Der Staat macht dafür natürlich keine Währung. Warum nicht? Weil er das Geld nicht ausgibt. Er ist also nicht gegen Krypto. Er ist gegen eine unabhängige Kryptowährung. Er ist gegen eine Kryptowährung, die die Bevölkerung sich selber gibt. Er ist für eine Kryptowährung, wenn sie wieder von der Zentralbank kommt. Na gut, der Staat hat natürlich noch ein anderes Problem. Der will natürlich gern irgendwas besteuern, aber wenn der nicht weiß, was für Einkünfte da sind, ja und so weiter. Aber vielleicht, dass wir von dieser ... Ist es zu abstrakt? Es ist nicht zu abstrakt. Ich will eigentlich das wieder in die Allgemeinheit bringen, weil wir sehen ja, dass der Staat arbeitet an eigenen Kryptowährungen. Wir sehen auch, dass diese digitale Zentralbankwährung programmierbar ist. Inzwischen haben sie es ja zugegeben. Und wir sehen ja, glaube ich, mit dieser komischen Bezahlkarte, die jetzt für diese Flüchtlinge, die ja auch so ein Bürgergeld oder sowas bekommen, dass sie jetzt Bezahlkarten geben, die eben auch schon eingeschränkt sind. Die gelten nur im Landkreis. Du darfst keine Waffen kaufen. Du kannst nicht ins Ausland überweisen. Pipapo. Ist uns eigentlich bewusst, auch wenn wir jetzt eingangs über die freien Medien gesprochen haben, aber es gibt ja auch Unternehmer, die Konten haben, die vielleicht auch mal sagen, Freunde, was ihr hier treibt, ihr macht die Wirtschaft kaputt, ich bin nicht einverstanden. Wann legen sie bei euch denn einen Schalter um? Oder ihr ganz persönlich, wann wird der Schalter vielleicht ganz groß umgelegt? Und dann haben wir im Prinzip diese CBDC. Die werden kommen. Ja. Und dann wird der Staat sagen, für das, was du auf dem Geld hast, da haben wir einen Wechselkurs festgelegt und es gilt nur bis dahin so. Und deine Bargeldmengen, die du noch irgendwo hast, die werden ungültig erklärt. Das haben sie in Indien gemacht. Auch die Kollegen Gates haben das gemacht. 80 Prozent der Geldscheine wurden als ungültig erklärt. Einfach gemacht. Zack. Das sind auch die, die im Prinzip geimpft haben, bis die Frauen keine Kinder mehr gekriegen konnten. Zufall. Also das sind alles Philanthropen natürlich. Aber Spaß beiseite. Diese Einschränkung, wenn man das jetzt politisch auch nochmal kombiniert, mit dem CO2-Fußabdruck, mit dem Impfstatus, mit dem, welche Partei unterstützt du, wo fährst du eigentlich nicht in den Urlaub, so und so weiter, pipapo. Da wird dann, das ist aber auch so eine Froschgeschichte, ins kalte Wasser gesetzt. Und dann immer ein bisschen mehr. Immer ein bisschen wärmer, 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 wärmer. Der merkt gar nicht, dass ein Temperaturschock kommt und irgendwann ist er gegrillt. So. Und das sind die Anfänge. Das sind die Anfänge. Das ist ja weit mehr als die Anfänge. Wir haben ja während Corona gesehen, dass man ja sogar, dass die Kommunen ja sogar Homepages schalten, wo Nachbarn andere Nachbarn disanzieren können. Das ist ja viel billiger, als irgendwelche Stasi-Kollegen auszubilden, sondern den Nachbarn praktisch zum freiwilligen Stasi-Mitarbeiter zu machen, der da sind Kinder auf dem Park meldet. Da wirst du demnächst Punkte mitbekommen. Ach so. Das sind dann die Faktenchecker, die Nachbarnchecker und alle dann hinten. Ja, so sieht's aus. Und dafür kriegst du, dann kannst du dein Gehalt, deine Grundswehrung, kannst du ein bisschen aufwerten. So. Und du kannst eben auch, du kannst das ja auch, dieses Geld, was kommen wird, kannst du auch nicht sparen. Mhm. Weil das Geld wird am Monatsende verfallen und je nachdem, wie weit du dich von deinem zu Hause entfernst, wird's wertloser. Damit ist deine Reisefreiheit begrenzt, aber es ist natürlich kein Zwang. Also in Hamburg sind deine 15 Euro oder deine 20 Euro sind dann nur noch 4 Euro wert, aber du kannst natürlich hinfahren. Es ist kein Zwang. Genau, also in der 15-Minuten-Stadt, Genau. Dann hast du nach 17 Kilometern hast du dann plötzlich eine Halbierung und dann nochmal eine Halbierung und dann nochmal eine Halbierung. Aber da kann man nicht von Zwang sprechen. Nein, nein. Du musst dich nicht impfen lassen. Ja, nein, nein. Wenn du dich impfen lässt, bist du halt dein Job los. So wird man das machen. Alles klar. Das ist aber Nudging und das ist Fremdbestimmung. Und das ist genau das Gegenteil von Freiheit. Und das ist auch das Gegenteil von Demokratie. 100 Prozent. Und aus diesem Grund, die Achillesferse ist immer, wenn der Staat das Mittel, mit dem wir untereinander agieren, das ist nun mal Geld ist das wichtigste Mittel, außer Eiches Schadens ist das wichtigste Mittel, Eiches Menschlichkeit und Sprache und Kultur das wichtigste Mittel, aber aus dem alltäglichen Umgang so das Hauptding ist, worüber wir nichts in der Schule lernen, wie geht Geld, wer stellt es her, wer gibt es aus, was passiert da, was hat das mit Zinsen und Zinseszins, wann crasht eine Währung, all diese Dinge. Ja, und weißt du, das Verrückte ist ja, das ist zwar im großen Maßstab und viele abstrahieren das nicht. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, Sri Lanka war pleite, Sri Lanka hatte kein Geld mehr. So, die Leute, weißt du, eine Insel, wo Fische außenrum schwimmen, wo Kokosnüsse wachsen, wo alles wächst, weil es einfach tropisch ist und plötzlich entsteht dazu was wie eine Hungersnot, weil kein Geld da ist. Dann sage ich, Freunde, es gab da einmal eine Zeit ohne. Genau. Genau. Und ich meine, was wir jetzt mit dem Bitcoin erleben, ist im Grunde genommen die moderne Form des Experimentes, das Wunder von Wörbe. Kennen ja nicht so viele Leute. In den 30er Jahren, 29 Weltwirtschaftskrise, kommt dann irgendwann auch als Blowback nach Europa, gibt es ja diese unglaublichen Arbeitslosenzahlen, die am Ende dann in den Zweiten Weltkrieg führen. und die kennen wir, die Schilder gibt sie. Ganz viele Menschen sind auf den Straßen, der Bankenwahn hat stattgefunden, die Unternehmen sind pleite und die tragen Schilder, viele Menschen, Suche, Arbeitnehmer, alles. So. Und in Wörbel hat ein, standen, das ist ein kleiner Ort in Tirol, standen Bürgermeisterwahlen an, es gab nur einen Kandidat und plötzlich gab es einen zweiten Kandidat, weil ein Lokführer, Unterguckenberger, hat ein Buch von Silvio Gesell gelesen, der gesagt hat, das Problem beim Geld ist, dass es Leute gibt, die nehmen das Geld aus dem System raus und sparen das. Das heißt, das was die einzelnen wenigen haben, haben die anderen zu viel und das Sparen lohnt sich, weil Geld als alle anderen Produkte in diesem Planeten geht nicht kaputt, sondern kriegt Zinsen. Wie können wir dafür sorgen, dass Leute das Geld nicht horten, sondern dass es im Fluss bleibt? Genau. Indem wir dafür sorgen, wir machen einen Wertgutschein und am Ende des Monats muss man sich eine Marke kaufen, man muss also Geld investieren, damit der benutzt werden kann. Also hatte kein Interesse, das Geld zu horten. Genau, die Idee war ja, Geld rostet nicht, also ich muss das Geld rosten lassen und zwar gebe ich das aus, bevor es gerostet ist, da ist es noch wertvoller, ansonsten muss ich den Rost abmachen, das ist wieder Arbeit. Und damit war im Prinzip klar, das nennt sich auch fließendes Geld, dass dieses Geld sozusagen abzinst. Genau. Und weil das jeder vorneweg wusste, hat er natürlich die Idee, dann gebe ich es lieber schnell aus und damit ging das quasi ständig wieder in den Kreislauf. Genau. Und das war so erfolgreich, dass Wörgel während überall das Darben war, also es gab keine Sozialhilfe mehr, gab es eh nicht, aber es gab keine, die Straßen waren plötzlich leer, die Leute hatten Arbeit und am Ende war so viel zu tun, dass sie gesagt haben, wir haben schon, jedes Haus wird schon gebaut, alle Straßen sind gemacht, weil machen wir noch, da haben die in der Wirtschaftsbriefe, haben die Skischanzen gebaut, das muss man sich mal reinziehen. Und die Idee war so gut, dass der französische Wirtschaftsminister vorbeikam, Bürgermeister von überall kamen, sogar aus den Staaten, ganz viele wollten mitmachen und dann stellten die Banker in Wien fest, das ist echt ein gutes Geschäft, nur nicht für sie, weil da gibt es keine Zinsen. Und dann wurde das militärisch beendet und dann kam der Anschluss ans Reich. Das war doch bei JP Morgan auch so. Der hat gesagt, hier das mit der freien Energie, das ist eine gute Idee, was der Tesla da hat, aber wo soll ich da verdienen? Ich kann keinen Zähler anschließen. Ja gut, das ist noch eine andere Geschichte, genau das erste Auto, hier Ford hat auch Autos aus Hanf gebaut, der erste Porsche, der Rohner Porsche funktioniert mit Strom. Es geht immer um Monopole, da sind wir bei der Glühbirne. Eine andere Geschichte, aber Geld ist das Monopol generell. Wer gibt es aus, wenn man sich mit Geld mal beschäftigt, wer es ausgibt, der Kredit 5000 Jahre Schulden, Graeber, kann ich nur empfehlen dazu. Der sagt, okay, das Geld wird immer von der Macht ausgegeben und die anderen sind verdonnert, dieses Geld zu nehmen, um in diesem Geld dem Staat mit Steuern zu bezahlen und die können sie nur dann bezahlen, wenn sie arbeiten. Das heißt, die bezahlen mit ihrer Lebenszeit, dafür kriegen sie Geld und da geben sie einen großen Teil von dem Staat. Wenn man sich jetzt unabhängig machen möchte, das ist die moderne Versklavung, Lohnarbeit. Und wenn man sich davon unabhängig machen könnte, dann wäre das, wenn man nicht ein neues Land gründet und aus dem Pfundbereich in den Dollar geht, es dann wieder ein Staat, sondern wenn man sagt, die Bürger geben sich ihr eigenes Geld. Weil so wie die Bürger sich ihre eigenen Server geben, ihre eigenen Medien geben. Ja, ja, alle Macht geht vom Volke aus. Genau, oder alle Macht geht dem Volke aus. Das ist das Dilemma, was wir hier haben. Und wenn wir jetzt unser eigenes Geld hätten, dann könnte man keinen Tracker, kein alternatives Portal abschalten, mehr sagen, du kannst es mir nicht wegnehmen, weil du kannst nicht sagen, wen rufe ich da an? Das sind wie die Gedanken. Die Gedanken, wenn jemand uns jetzt zuhört und darüber nachdenkt, das kriegst du aus deinem Kopf nicht mehr raus. Und das ist genau das. Das ist da als Idee. Und wenn die Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen und sich gegenseitig damit zu bezahlen, kannst du das genauso verhindern wie den Drogenhandel. Ja. Da kannst du machen, was du willst. Ja, logisch. Es gelingt dir nicht. Weißt du was, wir sprechen ja immer über den Staat, aber dass hier alles auf dem Kopf steht, das ist ja unseren Zuschauern wahrscheinlich sowieso schon klar, weil normalerweise... Ist das mit Australien so? Der Staat... Die stehen ja sowieso... Ja gut, ist die Erde flach? Ich weiß es nicht. So, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Normalerweise ist der Staat ja die Institution der Bürger und diese, ich sage mal, Regierung oder diese Volksvertreter sollten ja eigentlich uns dienen. Dass sich das jetzt natürlich komplett umgedreht hat und dass wir denen dienen und die im Prinzip nicht mehr Rechenschaft schuldig sind, ist ja mal das eine. Aber diese ganze Staatstheorie, wo jetzt der Staat jetzt auch noch sagt, okay, ich will in eure Köpfe. Ich mache jetzt eine Zensur. Ich sorge dafür, dass ein freies Medium über dieses Geld, mit dem es zum Beispiel das Benzin an der Tankstelle tanken muss, nicht mehr verfügt, weil die Konten werden gesperrt auf Anweisungen von was weiß ich wem. Ich mache doch keinem Banker jetzt einen Vorwurf. Aber Fakt ist eins, die Freiheit, die muss immer wieder erkämpft werden. Die Demokratie muss immer wieder erkämpft werden. Die Unabhängigkeit, und es darf nicht alternativlos sein. Wir erleben das in so vielen Bereichen, sei das jetzt mit den sogenannten Faktencheckern oder dass ich zum Beispiel oder auch ihr keinen Anteil an diesen GEZ-Gebühren habt, weil wir möglicherweise die ja auch bekommen könnten, würden wir aber in deren Horn blasen. Es geht um die Freiheit der Köpfe und es geht ganz zum Schluss darum, dass du in diesem System ohne Geld nicht wohnen kannst, ohne Geld nicht essen kannst, ohne Geld keine medizinische Versorgung bekommst und, 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 und. Wir sind komplett in die Falle geraten und an dieser Quelle von Waren und Dienstleistungen, die auch lebensnotwendig sind, dort wird gesägt. Das heißt, das ist für mich ein riesengroßes Nudging, so nach dem Motto, verhalte dich konform und dir passiert nichts, verhalte dich noch ein bisschen konformer und dir passiert nichts und so weiter. Und diese Regeln werden immer weiter pervertiert und ganz zum Schluss werden damit Kriege geführt, damit werden Fake News verbreitet, damit werden, was weiß ich, Fahrradwege gebaut, aber eben nicht in Deutschland. So, ich habe auch nichts gegen den Fahrradweg in Peru. Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich habe was dagegen, was weiß ich, wenn irgendeine kleine Minderheit sagt, okay, wer jetzt nicht geimpft ist, der bekommt nichts mehr zu essen und die Impfe führt dazu, dass deine Kinder keine Kinder mehr kriegen. Also ich will mal Folgendes sagen. Du hast gerade gesagt, von Freiheit gesprochen und ich meine, Freiheit braucht die Alternative und Denken bedeutet bereits gedachtes Neudenken. Wissenschaft bedeutet, den permanenten Zweifel zu haben, weil Wissenschaft, das heißt Wissenschaft, neues Wissen und vor 300 Jahren hat man etwas anderes gewusst und ist für die Wahrheit gehalten, als was man heute weiß und für die Wahrheit hält. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass wir das, was wir als Fakten sehen, das sind Vorurteile, auf die wir uns geeinigt haben und in 50 Jahren, da wird man sagen, das wusste man damals nicht besser. Ich weiß nicht, was aktuell ist, das Weltmodell ist, die Stringtheorie, im Moment wird der Urknall hinterfragt und so weiter. Also das, was man damals gewusst hat, hat man dann präpariert, dann kamen neue und haben neues Wissen gebracht, das heißt aber altes Wissen hätte zugeben müssen, dass er sich geirrt hat, wollte sich aber immer gottgleich darstellen, wir irren uns nicht, das hat ja die Kirche gemacht. Und wenn man sich heute anschaut, warum ist so die Situation, mit der wir uns zu tun haben, wir reden immer davon, dass der Staat das Geld ausgibt. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Man hat, die privaten Banker haben ja irgendwann... Sollte der Staat keine Schulden. Genau. Die privaten Banker haben ja irgendwann gesagt, der Staat kann mit Geld nicht umgehen, deswegen übernehmen wir das. Dann hätte es aber nie zur Bankenkrise kommen können. Wo schon das Wort eine Täuschung ist, was hat denn die Bankenkrise gegeben? Es hat eine Krise gegeben von Bankern. Das ist ja was anderes. Das sind keine Immobilien, die die Krise machen. Das sind Menschen, die Entscheidungen treffen. Und das heißt, das Geld ist nicht weg, es haben jetzt nur andere. Das wird immer vergessen. Das Geld ist nicht weg. Es haben andere. Und wer ist, das darfst du nicht fragen. Das heißt, auch diese privaten Banker, bei denen sich der Staat das Geld leihen muss und die bestimmen auch für was. Auch diese Bänke können nicht damit umgehen. Das ist aber privates Geld von einigen wenigen. Weil es wird immer vergessen, der Dollar ist eine Privatwährung. Da steht zwar Federal drauf, es ist eine Privatwährung. Das heißt, eine Währung von privaten Bankern und die bestimmen, dass die Leitwährung eben mit D geschrieben wird. Darum, das muss man mal verstehen haben. Deswegen treibt es immer Dollar. Aber, wenn wir als Bürger, als Menschheitsfamilie uns unser eigenes Geld geben, dann bestimmen wir auch, was wir mit diesem Geld machen. Und zwar all das, was im Moment mit unserem Geld gegen uns gemacht wird, wird ja gegen uns Politik gemacht. Wir haben zwar keine Verfassung, aber einen Verfassungsschutz. Das verstehe ich schon nicht. Das ist in sich, ich denke, so komisches Zeug. Wie geht das? Verstehst du? Und das alles... Wir haben ja auch ein Bundesgrundgesetzgericht, oder? Ja, und unsere sogenannten Volksvertreter vertreten irgendwas anderes, aber nicht uns. Sie treffen sich in Hinterzimmern. Wenn wir uns aber treffen, sind das Geheimtreffen, die aber öffentlich eigentlich sind. Sehr treten, oder? Und ihre Treffen, die dauernd im Geheimen stattfinden, in irgendwelchen Hinterzimmern oder in Davos oder sonst irgendwo, die nicht übertragen werden, das sind dann World Economic Forum, als wenn sich da die World treffen würde. Das sind einige sehr reiche Vertreter von Konzernen, die über ihre großen Kapitalgesellschaften money roads the world. und das ist aber ihr Geld. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, dieses Geld nicht mehr zu nehmen, sondern wenn wir mit Staaten kooperieren könnten, auch als Firmen, deswegen hast du es richtig angesprochen, sagen, ich würde gerne auf den Spotmärkten Öl kaufen, und zwar gegen Bitcoin, und die würden das nehmen, dann könnte mir der Dollar egal sein. Weil wenn wir uns darüber unterhalten, warum es in Deutschland im Moment so läuft, wie es läuft. Es hat ja mit Energiepreisen zu tun. Und die Energiepreise werden ja entweder wir kaufen die Energie nicht, wo wir sie kaufen könnten günstig, oder aber wir müssen mit Dollar bezahlen. So, weil Öl muss in Dollar bezahlt werden. Ja, da ist auch die Frage, wo es eigentlich, da gab es ja mal einen Vertrag, muss es gegeben haben, zwischen den Vereinigten Staaten und der OPEC, oder Saudi-Arabien, sagen wir zu, ab jetzt nur noch gegen Dollar. Und es gab ja dann auch immer wieder Staaten, die gesagt haben, ich nehme jetzt auch Euro. Einer von diesen Staaten, das war hier Herr Gaddafi, hat genommen auch, ja. Ja, ja, Hussein hat es auch genauft. Und Putin, Putin auch. Ja, ja, ganz schlimm. Eine Rohstoffbörse, wo er jede Art von Währung nimmt und damit sein Öl und Saat. Das heißt bloß, konnte man den nicht so schnell rauskicken, wie so ein Gaddafi. Du kannst also nicht sagen, der muss sich also keine Dollars auf dem freien Markt beschaffen, um Öl zu und verkaufen, sondern nimmt eben auch was anderes. Das sind diese Barter-Deals. Deswegen, da schwindet ja eben auch das Dollar-Imperium, geht ja im Moment kaputt. Und wenn wir jetzt aber eine Währung hätten, die auch vollkommen unabhängig ist von Putin und Co., also kein Staat, kein Machthaber wird uns alle retten. Demokratie, also das Schöne, die drei Ds, Demokratie dezentral, digitale Währung. Das hat miteinander zu tun. Wenn die Macht dezentraler wäre, also nicht konzentriert in Brüssel, in der NATO, EU, das sind ja zentral, Stirke, Stirne, das sind ja alles so. Wenn wir das dezentraler organisieren könnten, dann wählen wir diese Bürokraten und diese Bürokraten, diese Lobbyisten-Magneten, die nehmen wir dann los. Aber es wird nicht so sein, dass die sich das für uns überlegen. Weil alles, was man für uns im Moment macht, das folgt ja diesem Slogan, ich glaube von der Dieba-Dieba-Diebank, Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Das heißt, die EU kümmert sich darum, dass nationales Recht gekippt wird. Da hast du gar kein Veto. Das ist übrigens ein riesiges Demokratiedefizit. Das macht in Zukunft die Weltkrankheitsorganisation. Genau, genau. Die Ärzte kümmern sich ja um die Krankheit, wir sollten uns um die Gesundheit kümmern. Die NATO bestimmt Dinge, NATO-Erlebnis. Das machen die. Und wenn wir das überwinden wollen, dann müssen wir sagen, wo fangen wir an? Und wenn wir eigene Medien geschaffen haben, mit eigenen Servern, aber noch mit ihrem Geld bezahlen, dann sind wir Idioten. Genau. Und das Problem mit der Macht ist ja, die Macht wird ja, wie soll ich sagen, verlieren. Es ist ja nicht so, dass Macht irgendwo da ist und durch einen speziellen Gesinnungs- und QR-Test und sowas wird sie dir verlieren, weil du besonders fähig bist quasi im Sinne der, nein, Macht wird ja abgegeben. Das heißt, alle Macht, die quasi irgendwo sich ansammelt, die haben sie uns genommen. Ja, das ist der Punkt. Dir wird verkauft. Alles Geld, was sie irgendwo ansammeln, das wurde uns genommen. Also dir wird hier verkauft, dass die repräsentative Demokratie für dich sehr praktisch ist und da musst du dich nicht drum kümmern. Genau. Aber Politik ist ja den Leuten zu suggerieren, sie mögen sich nicht mit Dingen beschäftigen, die sie betreffen und zwar Politik. Also Politik ist doch die Unterhaltungsabteilung der Hochfinanz, ne? Das hat Frank Zappack gesagt. Genau. Politik ist die Unterhaltung der Rüstungsabteilung auf 100%. Das heißt, wenn wir anfangen würden, uns mit dem Hauptschmiermittel der Wirtschaft, das auch für Freiheit stehen kann, selbst zu beschäftigen, uns selbst auszugeben, wenn wir uns selbst lizenzieren könnten, weil wir selbst sagen, gibt es das schon, es gibt es schon, dann ändert das unser komplettes Denken und da möchte ich nochmal sagen, es geht weit mehr darum, dass wir uns mit Kryptos beschäftigen. Ich rate zu Bitcoin. Warum? Weil etwas in deinem Denken sich ändert. Wer ist denn da mein Banker? Du bist dein Banker. Du bist dann selbstverantwortlich für dein Geld. Deine Zahlen, dein Stick, das ist deine Bank. Und es ist genau so, dass diese Selbstverantwortung hast du doch in vielen Teilen des Lebens. Du suchst dir auch selbstverantwortlich deinen Partner aus oder hast du deine Agentur? Ruf dann die Grünen an, ich habe was für dich. So konsumierst du auch deine Medien oder welches Land du im Urlaub besuchst oder welche Videos du gerne guckst oder welches Schokoladenriegel. Das machst du doch auch alles. Das stelle ich mir gerade vor. Ich komme aufs Standesamt und da sagt der Faktenchecker zu mir, die dürfen sie nicht heiligen. Da habe ich viel jemals. Nein, nein, nein. Aber beim Geld, beim Geld, wo überall sind wir bereits ausgetreten aus diesen komischen Kirchen. Aber beim Geld, da lassen wir uns weitergehen. Also bei dem Hauptmedium, mit dem man alles kontrollieren kann, Bill Gates, hat mit seinem vielen Geld einfach alles geschmiert, was nötig war. Ja, das wissen wir ja. Und aus diesem Grund kann ich nur sagen, ist es naiv zu glauben, naja, dann kann ich auf das Wichtigste verzichten. Ja gut, er kauft auch Ackerland und verbietet euch selber zu gärtnern. Erkenne den Widerspruch. Ja, so. Erkenne ihn nicht. Nee, echt. Okay. Also, lange Rede, kurzes Sinn. Es geht darum, neu zu denken, frei zu denken. Ja, vielen Dank, Kevin, für dieses Gespräch. Es geht aber auch darum, dass ihr das bitte persönlich nehmt. Natürlich dürft ihr uns was in die Kasse schmeißen, egal auf welche Art und Weise und natürlich auch absolut. Ja. Weil das sind hoffentlich die Orte, die euch den Horizont ein kleines bisschen erweitern und die euch auch Alternativen zeigen. Weil, wenn ihr keine Alternativen habt, dann sitzt ihr in der Falle und das heißt CBDC und von oben nach unten eure Freiheit ist dahin. Und da sind wir bei dem, nochmal bei Corona. Corona war ja der Ausnahmezustand. Und es gibt ja diesen wirklich schönen Spruch, ich glaube ich, Karl Schmidt, Carlo Schmidt hat ihn gebracht, souverän ist, wer den Ausnahmezustand bestimmt. Und das war nicht wir. Aber wenn wir doch der Bürger sind und haben es sich verkündet, dann können wir nicht der Souverän sein. und wir sollten anfangen auf allen Gebieten die Souveränität einfach zu proklamieren. Nicht nur welche Art von Medien wir konsumieren, wo wir hinfahren, was wir glauben, was wir essen, was wir denken und auch wie wir bezahlen. Und das heißt, das ist jetzt die Riesenchance, damit anfangen, nicht nur uns darin zu unterstützen, sondern sich selbst damit zu beschäftigen und dass wenn du morgen in deinen Café gehst, der, den du da schon regelmäßig sagst, hallo, ich kenne sie doch auch so, kann ich hier mit Krypto, selbstverständlich. Ich nehme Bitcoin, das wäre doch toll. Ja, ich nehme auch Gold und Silber. Ja, hast du aber jetzt nicht dabei. Und dass wir sagen, und das Schöne daran ist auch, man kann es dir nicht nur nicht verbieten, du musst es dir auch nicht genehmigen lassen. Ja, und Souveränität ist ja nicht der Zustand, in dem ich machen kann und darf, was ich will, sondern Souveränität ist der Zustand, in dem ich nicht machen muss, was ich nicht will. Das ist Rousseau. Ja, so. Und das wurde trotzdem richtig. Genau. In diesem Sinne, bleibt Souverän. Bleibt Souverän. Bleibt Souverän. Und wer es noch nicht so richtig ist, geht mal ein paar Schritte dorthin und macht nicht, was ihr nicht machen wollt. In diesem Sinne. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.